Läuft das Ding schon? Ja, es läuft. Buongiorno, meine kleinen Makaronis zu einem kleinen Infovideo, frisch zu Ostern. Erstmal frohe Ostern an dieser Stelle, an alle meine Zuschauer und besonders an dich, der gerade hier zuschaut. Frohe Ostern, fröhliches Eier, die suchen und brühte Yoshis aus. Ich wollte ein kleines Problem mit YouTube kurz ansprechen, denn YouTube hat jetzt seit gestern, vorgestern Probleme mit dem Verarbeiten der Videos, die hochgeladen werden. Da haben ganz viele Probleme, nicht nur kleine YouTuber, so wie ich, sondern auch größere, zum Beispiel Unge. YouTube tut sich schwer damit, Videos zu verarbeiten. Meine Videos für heute, für den Ostersonntag, die sind schon seit über 10 Stunden in der Verarbeitung und werden ums Verrecken nicht fertig. Brauchen immer noch, One Piece zum Beispiel, braucht immer noch 3 Stunden, Mario Party 2 Stunden. Der One Piece Part von Samstag, der war in 360p nur verfügbar, das habe ich erstmal gelöscht und neu hochgeladen. Dauert aber auch noch Ewigkeiten, ist seit Stunden im 95% Bereich und deswegen wird es heute und morgen erstmal keine weiteren Folgen von mir geben, weil wenn das ewig braucht zum Hochladen, ich auch irgendwann den PC ausmachen möchte und wenn dann nur so eine 360pixel Quali verfügbar ist, habe ich da keinen Bock drauf, ich möchte vernünftiges Material abliefern. Und darum lasse ich heute und morgen die Folgen ausfallen und ja, habe dazu nur zu sagen, danke YouTube und macht euch schöne Ostertage, genießt die Freizeit oder den Urlaub oder die Ferien, je nachdem was du hast und wir sehen uns dann am Dienstag wieder, hoffentlich sind dann die Probleme wieder weg, YouTube ist ja eigentlich relativ schnell bei sowas dabei. Und ja, am Dienstag geht es dann regular weiter, es gibt dann erstmal ein Re-Up von One Piece Folge 71, gefolgt von Mario Party 10 Folge 9, ja Folge 9 und ich kann nochmal nachschauen und One Piece Folge 72, ja war alles richtig. Ja, Dienstag geht es weiter, nochmal frohe Ostern, tut mir leid für den Ausfall, aber da kann ich selber nichts für diesmal, ich freue mich überhaupt nicht und ja, bis Dienstag, ne? Arrivederci, tüdüdüdü und genießt die Ostertage. Und ja, bis jetzt, 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 bis jetzt